Ein ganz klarses Jahr für die Sanierung der Schulanlage Schwabgut. Herzlichen Dank, liebe Stimmberechtigte. Die Schwabgutschule ist schon fast 60-jährig, aber man sieht sie eigentlich gar nicht. Sie sieht immer noch gut und wertig aus. Aber wenn man hinter die Kulissen schauen, sieht man doch, dass sie dringend eine Auffrischung nötig hat. Eine Auffrischung, die auch den Aussenraum besser macht, besser für die Kinder, besser für das Quartier und die natürlich auch die Schule wieder fit macht für die nächsten 60 Jahre. Scherz auch einmal an der Kulissen in der Kulissen. Zwiebrechen wird auf der Kulissen in der Kulissen ein schlechtes Schmerzen, aber man sieht einen Auffrischung. Kulissen, die sich jetzt mal sehen, ein bisschen. ...STWilerี้... ...ein der Kulissen... ...kulissen, die anailmere Kulissen... ...mögen die Kulissen in der Kulissen in der Kulissen in der Kulissen. Vielen Dank.